Sicherheit ist der Grundpfeiler, wenn es um die Luftfahrt generell geht. Man sagt eigentlich immer, die Technik ist nicht das Problem, der schwächste Faktor. Im Luftfahrtbereich ist immer der Mensch selbst und mit autonomen Fliegen machen wir dadurch eigentlich Fliegen sicherer. Wir sind sehr confident in unsere Code, in unsere Technologien, in unsere Algorithmus. Wir sehen uns nicht als eine große Barriere. Ich denke, eine der größten Herausforderungen wir haben ist die Menschen's Mentalität, die Menschen's Mindset. Es ist wirklich schwer für Menschen zu sehen, diese Dinge und zu denken, wie sie mit dem in der Zukunft, obwohl jeder eine große Neue hat. Die Menschen müssen es in person sehen, sie müssen es erleben. Natürlich ist man aufgeregt, man weiß nicht, wie fühlt es sich an, auf was lässt man sich ein. Diese Geräte sind ganz sicher. Man stellt die Anforderung, dass so ein Fluggerät zehnmal sicherer ist wie ein Helikopter. Das ist auch wichtig, dass sie uns als E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E. Wir fahren mit unseren eigenen Flugzeugen alle die Zeit, um zu zeigen, wie wir sind und wie möglich ist für die Zukunft der Transporte. Es ist ruhig, es ist angenehm und man fühlt sich sicher. Es ist die Zukunft und wer nicht bereit ist sie zu testen, der wird nie Schritte in die Zukunft gehen können. Das ist die Zukunft. Es ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft.